Hallöchen! Schön, dass du eingeschalten hast. Das heißt für mich, dass du dem Glück eine Chance geben willst und das finde ich wunderbar. Du hast die Chance, einen von drei 200 Euro Gutscheinen zu gewinnen. Und diesen Gutschein, der ist gültig, um vergünstigt am Fasten-Retreat, was jetzt im November schon stattfindet, teilzunehmen. Tobias von Rowletics und ich werden vom 11. bis zum 18. November an der Rhön dieses Fasten-Retreat veranstalten und wir haben da ein schönes Haus gemietet. Das ist ungefähr eine Stunde von Würzburg entfernt. Wir sind jetzt schon eine ganz schöne Gruppe und wenn du noch für einen vergünstigten Preis dabei sein möchtest, dann like dieses Video und schreib in die Kommentare, dass du dabei sein willst. Also ich wiederhole nochmal, um dabei zu sein, das Video liken, in die Kommentare schreiben, dass du dabei sein willst und das Ganze bis Sonntag, den 5. November um 12 Uhr. Und am Abend werden wir die Gewinnerinnen und Gewinner persönlich anschreiben und du weißt Sonntagabend, dass du eine Woche später am Samstag, den 11. schon mit dabei bist. Also wir drücken allen ganz herzlich die Daumen und freuen uns über alle, die dabei sind. Alles Liebe dir und bis bald!